Naja, dann mach ich mal ein bisschen Musik. Bei all diesen komischen Knöpfen wird doch wohl auch ein Radio dabei sein. Was möchten Sie gern hören? Was zum Teufel war das? Nein, ich will wissen, wer du bist und wieso du alles hörst. Ich bin die Stimme des Mikroprozessors des Modells 2000 von Knight Industries. KI-TT für den einfachen Sprachgebrauch. Oder KIT, falls Sie das vorziehen. Nein, das ziehe ich nicht vor. Und ich beabsichtige auch nicht, in einem Auto herumzufahren, das mir widerspricht. Hast du kapiert? Entweder zieht Devin dir den Stecker raus, oder du besorgst dir einen anderen Fahrer. Leider bin ich nicht darauf programmiert, Ihre Wünsche zu übergehen. Oh, das höre ich richtig gern, KIT. Weil ich nämlich keinen einzigen Mucksa mehr von dir hören will. Erst rufe ich Devin an. Also halt deine Klappe. Ich möchte jetzt ein bisschen Musik hören und verschone mich endlich mit deinen Vorschlägen. Wie mache ich mir allein? Wie Sie wünschen, Mr. Knight. Aber da ich feststelle, dass Sie sich in einer übermüdeten, reizbaren Stimmung befinden, darf ich vorschlagen, dass Sie das Auto auf die automatische Steuerung umschalten, der Sicherheit wegen. Nein, das darfst du nicht. Hast du verstanden? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.